Norddeutscher Rundfunk 2021 Der ist definitiv deutsch da hinten. Hier musst du deine GoPro reinmachen. Double Piece. Achso, der ist so super. Ich fange ja anders herum ey. What the fuck? Wooh! Das geht rein! Wooh! 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 Oh Gott! Also der zweite Lounge ist definitiv der brutalste. Und rückwärts nochmal 30 mal brutaler. Also vorwärts, rückwärts, den zweiten Lounge quasi. Wie alle so hoch. Wie er auf einmal anzieht. Fluch von Novgorod in rückwärts ey. Wie alle so hoch. Wie alle so hoch. Ja. Der hat sein Rotchen nicht mehr rein. Schade. Habe gerade überlegt. Und dann losst du Kaffee auch nicht.